Morgen! Ihr ahnt schon was los ist. Ihr habt es auf dem Schirm gelesen. Ein Sauwetter, stimmt! Zum Glück hat es jetzt ein bisschen aufgehört zu regnen. Der einzige Vorteil ist, die Luft ist sehr, sehr gut und frisch und hat keinen Dreck in sich, keinen Staub und man kann wunderbar spazieren und die Lungen wunderbar mit Sauerstoff auffüllen. Also ich freue mich schon auf den Heimweg. Den schlimmsten Teil habe ich ja jetzt hinter mir, die Bergtour. Man sieht es glaube ich noch, glänzen. Aber da es heute glücklicherweise nicht so warm ist, ist das sehr erträglich und der Gesundheit bestimmt auch sehr zuträglich. Gut, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüsschen!